Patrick, du bist ja Richter. Denkst du, diese Arbeit hilft dir später im Parlament? Also ich glaube, es hilft, wenn man gelernt hat, Abstand zu halten von den einzelnen Interessen. Und ich denke auch, wenn man mit Gesetzestexten umgehen kann und weiß, dass einzelne Wörter entscheidend sein können im Endeffekt, dann hilft das schon auch bei der parlamentarischen Arbeit. Gerade wenn man ja da auch dann in so hitzige Diskussionen kommt, ist das ja bestimmt von Vorteil, wenn man sich da ruhig ausdrücken kann? Ja, also das ist schon ein schwieriges Geschäft in der Politik. Da geht es oft heiß her, gerade in der politischen Debatte. Und da darf man sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern muss da wirklich bei seinem Standpunkt bleiben. Vor allem, wenn persönliche Angriffe kommen, darf man sich davon nicht beirren lassen. Und da glaube ich, hilft das schon. Vielen Dank.